Knuth und Tutschek sind ein Schweizer Kabarett-Duo, das 2004 sein erstes Programm vorgestellt hat. Das Duo besteht aus der Schauspielerin Nicole Knuth und der klassisch ausgebildeten Sängerin Olga Tutschek. Nicole Knuth ist die Tochter von Schauspieler Klaus Knuth und der Autorin Hannelore, Lori Fischer, sowie die Enkelin von Gustav Knuth. Untertitelung des ZDF, 2020